Hier ist der Spiegel mit der Lage am Samstagmorgen. Heute geht es um die Frage, ob das Bürgergeld ukrainische Geflüchtete vom Arbeiten abhält. Um zwei Männer, die Freunde statt Feinde wurden. Und um eine wenig glamouröse Reise der Außenministerin. Spiegel-Redakteur Christoph Hickmann hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Nicht schwarz, nicht weiß. Derzeit gibt es eine Debatte über das Bürgergeld für Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Für die Union ist das Bürgergeld der wesentliche Grund dafür, dass nur etwa 19 Prozent dieser erwerbsfähigen Ukrainer in Deutschland einen sozialversicherungspflichtigen Job haben. In anderen Ländern liegt dieser Wert laut einer aktuellen Studie deutlich höher. In Polen bei 66 Prozent, in den Niederlanden sogar bei 70 Prozent. Die vergleichsweise niedrige Quote in Deutschland nur auf das Bürgergeld zurückzuführen, ist aber zu einfach. Denn laut eines Experten besuchen etwa 70 Prozent der arbeitslosen Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit Sprachkurse oder machen eine Ausbildung. Außerdem weist der Experte darauf hin, dass etwa 80 Prozent der Geflüchteten Frauen seien, von denen sehr viele ihre Kinder oder ältere Angehörige versorgen müssten. Natürlich kann man trotzdem politisch über das Bürgergeld und seine Verteilung streiten. Aber die Welt ist eigentlich fast nie schwarz oder weiß. Reden statt Hassen Im September 1997 riss ein Selbstmordattentäter der Hamas die Tochter des Israelis Rami El-Hanan mit in den Tod. Sie wurde 14 Jahre alt. Die Tochter des Palästinensers Bassam Adamin wurde 2007 auf dem Heimweg von der Schule aus einem Fahrzeug der israelischen Grenzpolizei heraus von hinten tödlich verwundet. Sie war zehn Jahre alt. Was taten die beiden Väter? Sie entschieden sich gegen den Hass und werben seither für Versöhnung und ein Ende der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete. Die Väter erklären im Spiegelgespräch ihre Sicht auf den Nahostkonflikt. Der Israeli El-Hanan sagt darin, dass man aus diesem Teufelskreis der Gewalt nicht herauskomme, wenn man nicht miteinander rede. Und der Palästinenser Adamin sagt, Zitat, würden die Menschen ihren Feind kennenlernen, wäre das ein enormer Fortschritt. Diplomatisches Schwarzbrot Annalena Baerbock besucht derzeit Armenien und Aserbaidschan. Zentrales Thema ist der Konflikt beider Länder um die Region Bergkarabach. Im September hatte die Armee von Aserbaidschan die Kapitulation der Streitkräfte in Bergkarabach erzwungen. Seitdem sind mehr als 100.000 ethnische Armenier aus der Region geflüchtet. Auch um ihre Lage geht es in den Gesprächen, die die Außenministerin vor Ort führen wird. Was sonst noch wichtig ist? Bei einem Treffen der europäischen Innen- und Außenminister ist es zu einer Szene gekommen, die in Kroatien für Empörung sorgt. In einem Video ist zu sehen, wie der kroatische Außenminister offenbar versucht, Annalena Baerbock zur Begrüßung zu küssen. Seine deutsche Amtskollegin weicht ihm aus. Bei einem Erdbeben in Nepal sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Weitere Opfer werden befürchtet. Retter sind bereits unterwegs in die Unglücksregion im Westen des Landes. Neun Spieltage blieb Bochum in der Fußball-Bundesliga sieglos. In Darmstadt hat der VfL nun erstmals in dieser Saison gewonnen. Die Gastgeber beschwerten sich nach der Partie über den Schiedsrichter. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder am Montag.